Dennis, mach doch mal eine Anmoderation, komm. Mal eine Anmoderation. Oh, Tobi ist überhaupt fressen. Was machst du gerade, Mann? Guten Tag. Mein Name ist Dennis Wert. Ekelig. Mach den Maul zu, Junge. Was isst du denn da, Dennis? Brokkoli. Toffifee, Mann. Ist der denn Toffifee? Dennis hat Bock auf Nüsse. Zu Rainbow Six. Ja, herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six. Wir haben eine Serie hier. Wir haben gerade gewonnen und machst jetzt nochmal gegen das selbe Team. Ja, das haben wir, ne? Wir haben eine Serie. Wir haben eine Serie. Wir haben einmal gewonnen. Ne, zweimal. Ne. Jetzt machen wir den Triple. Weißt du, wenn man schon hier, ne? Dann haben wir tipplich mehr gewonnen, als die Bayern. Eben. Wir haben Double gemacht, die Bayern. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, war es eine Scheißsaison. Ja, aber sowas vorher nicht. Sind wir scheiße. Und im Trifon. Ich hab... Du, Wolf, das hier. Was ist denn los? Das ist geil. Ich weiß nicht, was heute wohl los ist, aber ich hab irgendwie so ein Mini-Lex die ganze Zeit. Ja, das liegt dann selber an. Ganz knicken. Ja, ne? Ich hab gar nichts zum Beispiel. Doch, Tobi. Ich hab auch nichts. Ich hab auch nichts. Ja. Ja. Das war geil, ne? Ja, das haben wir, ne? Jetzt, ohne wirklich, ohne Produktplatzierung zu machen. Es ist im Sommer... Halt er den Armdarten? Ach, nein! Jaaa. Genau so, Leute. Was ist denn noch für ein Spasti, Alter? Hat der kein Ziel oder was? Da holt ihn doch. Warte, 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 warte. Warte, lass mich den ganz... Warte, Tobi. Nein, warte, warte, Tobi. Nein, nein, ich will den Kill haben. Nein, nein, ich will den Kill nicht haben. Ich mach was ganz schönes. Ja. Dennis will den Kill haben und lässt sich dabei killen. Alter, ich hab wieder was ruhig. Alter, ich hab's prophezeit, Mann. Mit welchem Typ, Alter. Der Typ ist fertig, ey. Hier. Das ist geil, Alter. Alter, der Typ ist auch fertig, Alter. Ich mach was ganz besonderes. Der will den Kill haben. Ja, ich hab den mit den Lade weggesprengen, und der mit der zweite John. Ja, nice. Der ist weggerannt, der Typ, ne? Nein, der Typ. Also, herzlich willkommen zu einer Folge Rainbow Six Siege. Auch von mir. So. Tut mir leid. Das Ding ist, wir hängen immer in meinem Ladebildschirm und es geht dann immer direkt weiter. Und ich muss ganz kurz, ähm, was zu trinken holen. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich bin tot. So. Was passiert denn jetzt, ne? Fuck, Mann. Ich krieg nichts. Tobi, komm ja ohne ab. Komm. Nein, 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 nein. Wir hauen hier jetzt nicht ab. Ich bin tot. Ja, klar. Okay, ich geh noch mal. Der Tobi. Ciao, Patrick. Tobi jetzt. Rutsch, 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 rutsch. Wie schaust aus, da? Boah, Alter. Der Tobi sagt so. Nein, wir bleiben hier. Boom. Du musst das mal aus Patrick seiner Sicht sehen. Boah, Mann. Ja, Curry, der ist geil, der Typ. Der Alpha Kevin kommt wieder durch. Boah, bin ich ganz alleine hier. Der Curry ist auch dieses Jahr der Einzige, der sich das neue CD holt. Anstatt Bradfield, ne? CD. Ich hole mir dann auch wegen COD4 Remastered. Ja, echt so, Tobi, ey. Und dann Lpt oder was? Ja, klar, Alter. Lass mal machen. Boah, Mann. Geil. Boah, nein. Boah, nein. Boah, nein. Boah, nein. Ja, komm, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Boah, wir haben ja auch schon bestimmt 5 Uhr morgens jetzt. Ja, auf jeden Fall. Das ist unsere erste Runde gerade. Ja, wir haben gerade hier um 9 Uhr morgens. Nehmen wir auf. Aber Activision ist auch schlau, ne? Ja, jetzt kommt's. Die Dings gerade war ja alles aussagend hier, weißt du? Ich hole mir das jetzt nur wegen Remake, weißt du? Nein, das war ja nur ein Spaß. Ne, ne, aber ich glaube wirklich, dass viele das halt machen. Ja, klar, das haben wir ja irgendwie geschrieben. Und das Geile ist, die kaufen sich das alle für 60, 70 Euro. Und drei Monate später kommt dann das Announcement mit, ja, wir bringen's doch so auf Xbox Live raus. Ja, das ist ja 100 pro. Also was ich ja bei Battlefield gesehen. Die kriegen einen Arschloch ja nicht voll genug, voller Kohle, ey. Finde ich abgewichst eigentlich, wenn man mal so überlegt, ne? Einen Arschloch voller Kohle, voll abgewichst. Das ist richtig. Ganz ehrlich, das Rainbow Six Let's Play. Einer müsste sich echt alle 85 Folgen nochmal durchgucken und Best-of-Beleidigungen zusammenschreien. Das ist aber drei Stunden, das weiß ich nicht. Das ist aber drei Stunden dann, ne? Wenn das jemand macht aus der Community, wir an die Facebook bin, das lade ich samt Kanalhinweis auf meinem Channel hoch. Ohne Witz. Ja, warum mach ich das? Das ist der Patrick. Das ist der Patrick. Das ist der Patrick. Der braucht die Views, Alter. Warum ihr rennt das so bei sich hoch? Was hab ich denn da vorn? Ja, mit Kanaren war's, ne? Ja, ich verlinke den Channel in der Beschreibung. Ja, ey. Hattest du so keinen Sinn, Alter, ne? Ausversehenden Buchstabe verdreht oder so. Ja, komm jetzt mal raus. Weil ich verdreht. Paypal LP alive. Paypal LP. Ich mein Akinaki LP, Mann. Was willst du denn? Akinaki LP, Alter. Echt denn? Der ist schon fertig, Alter. Der Bolze freut das innerlich voll so. Aber der doof ist, Alter. Das freut mich immer. Ey, Bolze. Zieh dir mal wieder ne Leine. Yo! Einer hat keine Beste. Dennis, ey. Bei dem läuft. Einer hat keine Beste. Oh, ich bin doof. Einer hat mich von draußen geholt. Was ist das für ne Nutter, Alter? Dennis, was ist los, Alter? Hast du grad zwei damit geholt? Das hat Hobi nicht so gemeint. Oh, nice. Guck ihn dir an, der macht sogar so ne... Niki, tack. Hobi, hast du das so gemeint? Ja. Warte, kannst du mal ganz kurz die Beute aus dem Maul nehmen und ruhig sein? Ich bin der Moralapostel jetzt hier. Dein Herr. Ich synchronisiere nur alte Leute, sonst mach ich nichts Böses. Alter, was ist hier los, Mann? Ich laufe von alleine. Hä? Ja, was ist das denn? Aber ich hab mich gerade auch bewegt. Hä? Komm wieder, Alter. Ich laufe von alleine. Ich laufe von alleine. Patrick, das geht nicht. Ja, aber war... Guck mal. Ja, das ist der Schrank Out of Hölle. Das ist von Ikea, Mann. Gucken wir mal heute, ne? Das ist der Schrank Out of Hölle. Okay, einer ist in der Lobby. Ja, wo? Einer ist der Niki Nacka. Der hängt da am... Ah, stimmt. Stimmt. Ist er? Richtiger Twack, Alter. Verlust. Der weiß nicht, dass ich da unten bin. Das ist das Schöne. Der kommt jetzt da rein. Könnt das sein, Cory? Ich seh nur seinen Schatten. Weiß es nicht. Sobald er reinkommt, ist er dead, Alter. Okay, der hat die Kamera ausgeschaltet, ne? Und wenn? Ich bin tot. Wo war der denn jetzt? Der ist jetzt... Der ist jetzt voll am Sneak. Okay, Jungs. Auf geht's nicht. Bei ging es weit. Ich muss ja die weise, dass ich da bin. Da kommt einer Bronze, glaub ich. Der oben an den Fensters... Ja, ich weiß. An den Fensters. Von der weg! Letzter Vollmann! Wer and aller. Okay, der... Pass auf den Typen auf. Der ist ziemlich krass. Der soll da reinkommen? Wo ist der denn? Am Fenster draußen. Ne, warte, warte. Sag mal ruhig, Patrick. Lasst ihn einfach kommen. Ja, lasst ihn kommen. Ey, dieses Piepding, Alter, beim Büroeingang, das geht die ganze Zeit, obwohl da nix ist. Ich bin ja gerade durchgeraufen. Ich werde nochmal meine Position wechseln. Ich hör hier was, oder? Patrick? Ja, hier in der Lobby, glaube ich. Der rennt hier rum. Der ist in der Lobby links unten, Ben. Er hat so guter Plan. Der ist links, Ben, der ist links. Ja. Ja. Ich glaube, da unten ist ein Loch, Ben, ne? Der hoppert auf dem Bild, ey. Ich bin weise. Ich habe es auch mal ein Bild geschafft. Ist der hier, oder was? Nee, er zielt genau drüber, guckt da rechts oben, was ist das? Ja, ich seh's, Ben, Ben. Hey? Hä? Oh Gott, der ist... Boah! Der hat den auch mal weggesplittert, Alar. Ja, sie payzette, ey. Kann auch keine alten Leute leihen. Ja. Der synchronisiert die nur im Park, wenn die ganz traurig da sitzen. Ja, das ist Lebens. Leute, euer Ernst, oder was? Wie seid ihr denn? Kommt in den Raum rein. Fuck. Dann schreibt es, schätze ich mal. Und was war denn da wieder los? Was? Er zielt erstmal... Er guckt erst so aus dem Fenster. Ja, ich musste safe sein, deswegen. Es war doch nur noch einer da. Ben hat heute das Kommando auf jeden Fall. Er ist gut. Gut, Alter. Ja, ich habe jetzt geschlafen gerade. Echt, Patrick? Ja, das hätte ich mir jetzt gar nicht ergeben können. Egal, Patrick hat ja gar keiner Kopfspätze mehr. Jetzt kann er auch für Folgen auch nicht. Ich habe gedacht, du bist voll da, ey. Das habt ihr ja vorher gesehen, ne? Ich finde es halt krass, dass der Patrick in der Öffentlichkeit im Let's Play, welches von 10, 20.000 Menschen geguckt werden und die sich die Zeit nehmen, um das zu gucken, so respektlos behandelt, dass er einfach einschläft hier an der Folge, ne? Oh, ich dachte, dass du über die Leute lässt, oder? Warte, das ist genau wie damals im Reich, wo... Wo wir beide noch regiert haben, oder was? Bitte? Du bist Adolf Hitler, oder was? Wir beide. Weil es ergibt alles Sinn. Ja, 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 ja. Warte, du bist ganz gefährlich in deinem... Minecraft LPD. Ja, Minecraft LPD. Leute, guckt euch die Folge an, Mann. Da wird schon wieder geschossen hier, ey. Gibt es die Folge denn noch? Klar. Ist nicht so wie Dennis, der sein Omsi-Let's Play einfach löscht. Bei mir ist das so, dass die Folge bei mir als Kanal-Trailer ist. Ab morgen. Ey, warum ist der Typ hier unten? Curry kann halt nicht mitreden, weil der Curry war da noch wie ihn. Ja, da ist ja nicht geboren worden. Da war dann nicht geboren. Glaube ich sollte mich umbringen. Ja, wobei... Ja, wenn man nicht mitreden kann... Ja, das ist schon schlimm, ey. Wenn Curry nicht, wenn Curry sich umbringen würde, ne? Würde ich mich auch umbringen. Nur damit ich Curry ihm jenseits weiter nerven kann. Ja. Ja. Da vorne, Curry steht so vor den Toren, vor den Himmels-Toren und plötzlich hört er so vor den Kloch... Ja. Oh, ne. Da steht der Eriks-Stau, oder was, Alter? Nee, von dir. Nee, da steht der Sitz hinter dir, ey. Ja, sagt Curry. Nein. Curry, es ist Zeit in die Tiefe. Ich gehe freiwillig in die Hölle. Äh, komm mit Curry, das ist uns schön warm. Bubi. Ich bin immer wieder tot, Mann. Geh weg von mir. Ja. Wegen dir. Patek, Mann. Nee, nee, nee. Wegen dir. Wegen diesem Niki-Zaka-Typen, ey. Richtig geil. Siehste, sag ich doch. Was für'n Hurensohn, Alter. Was? Wo ist er denn? Bock, den auf die Zwiebel, Alter. Alter, ich hab keinen Lust, okay. Tschüss, Patek. Das sind die Motivation, ne? Und so wollt ihr ESL spielen. Ich fasse nicht, ey. Mein Ohr jung. Was seid ihr, Jungs? Boah, wir sitzen da so in nem Match von ESL und einer geht einfach. Tobi geht einfach sich so nen Brokkoli holen oder so. Einer ist da gerade aus dem Baum. Boah, Curry, ey. Ich hab's nicht verkackt jetzt gerade. Aber was soll man denn machen mit dem Schild? Wenn einer vor dir steht. Fragen, ob du das aus dem Bild nehmen kannst, damit du was siehst. Weiß, Bronze? Ja, man, I'm good. Oh, ich sollte mal den Knopf drücken. Soll mal zu euch rein und draußen rum. Ja, ich hab grad... Ich kam da vorne nicht rein, weil da war die dann in die Kita da. Ja. In die Kita. Ruhig. Ruhig. Boah, Kevin. Äh, denn ist einfach den Livan getötet. Boah, von hinten. Ach, das gibt es nicht, ey. Es ist nur noch einer, ne? Nein, zwei! Na, du Wehe! Deine Muster sind! Ich dachte, das sind zwei. Ich seh das Handy noch, Alter. Und hab mir im Moment Enya gewünscht, ey. Ganz ehrlich. Ruhig. Heute... Heute ist einfach nicht der Tag. Das ist der Bronze. Das sagst du hier. Na, der Bronze schafft das jetzt mal. Da sagst du halt. Das ist so. Bronze, sehen wir ihn hier da. Achso, der lebt noch! Oh, ja. Der... Jetzt ruhig. Alle ruhig. Das macht. Ruhig time. Bernd, Allah. Nein, Ben, geh mal anders. Da kommst du nicht weit. Du musst andersrum gehen. Bernd, komm ich nicht rein. Gut. Lass den Bronze mal machen. Ja, Sprengi. Geh, wir sagen jetzt einfach mal, bis der Bronze tot ist, nix. Geh, wir sehen jetzt noch mal wieder da. Oh, naja. Ah, neiiin. Ah, na ja, nicht so. Oh, neiiin. Oh, neiiiiin. Oh, schuldigung. Guck mal, wie die beiden heute machen. Man hört dem beim Hintergrund die ganze... Den 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 den- Was hat das verhindert? Und dann... Man bolzt da wieder dieses... Ihr müsst doch die Huzzle Challenge beim PlayZed auf dem Kanal gucken. Der Bolzt hat einfach, wenn er sich anstrengend, die schönste Gedanken, die schönste Gesichts-Animation ...Animation Real-Life-Animation Beste Grafik, Alter Der Welcher sagt immer so Ich kann mir keine Filme von früher angucken Die haben einfach eine schlechte Grafik Ja Was ist der eigentlich? Lebt der noch? Der ist tot Oder hast du schon nach Berlin gezogen Warum nach Berlin? Nach Belgien Du hast sogar Berlin gesagt Du hast Berlin gesagt Du hast wieder eine Frikadente im Mund gehabt Du hast Berlin gesagt Ja Curry, da ist er gleich wieder dabei Curry ist auch so einer Wenn er sich irgendwo prügelt hat er auf dem Schulhof früher Ist er sofort dabei gewesen, draufgepackt Ey, hol euch Westen, Mann Der Curry war der, der immer verprügelt wurde früher in der Schule Aber die stand mit Leitern Die stand mit Leitern um ihn herum, weil er so groß ist Ja, seine Mutter Ich hab hier manchmal ein Aiming, Alter Ja, verstehe ich Ja, heute ist doch gut Ja, heute ist doch alles gut Ja, heute ist doch alles gut Ja, heute ist doch alles gut Das ist alles draußen hinten, ne? Du schützt den Bio-Gefahrgut behält Bei jedem Preis Verlaub ich, dass er sich da wieder leicht die Lobby entlang hängt Ja, mit seinem Sei Das ist schon in der Lobby, ich warte auf den Warte mal, ich hab die Westen nicht, ey Ja, das war mein Fehler, weil ich die Scheiße platziert hab Ja Warte Warte, wo rennst du denn hin? Achso Oh, meine Weste hier Der Patrick ist einfach da durch Jo, am besten Okay, ich hab's Und hier ging grad was auch, oder? In der Lobby fährt eine Drohne Was denn? Ich bin grad von so einer Drohne alleine durch die Lobby fährt Okay, in der Lobby sind zwei Leute und eine mit dem Schild Nee, aber da hab ich jetzt keine Lust drauf, weißt du? Weißte Feierabend Wie das duftet Okay, der mit dem Schild hab ich Weiß Greerhaftig, greerhaftig Sollen wir elf kommen da, ey? Ich bin tot Einer liegt in der Lobby hinter der Couch Ja Was mach denn da? Na, schlaf Danke Robi, hast du gesehen, hast du gesehen, Robi? Ja, ja Da los, Mann Ich glaub, der hat mich nicht gesehen, oder? Nee Lauf mit Alt hinter ihm, hier, Cori Halt, ich guck mal Kameras, ja? Ja Weil in der Lobby gibt's keine Ich glaub, dass er die Treppe hochgelaufen ist Wow War das oben? Ja Die Klappe von oben? Ja Die Klappe Ja, die Klappe Ja, mein Tod Wann mal kurz? Ja, Mann, Cari Sponsor war das Da ist einer, direkt bei mir Ein Gegner verbleibt Bam Na, mal Nicht nur Geh, nur noch der Eine Pro-Skiller da Eine Pro-Skiller Yeah, Baby Alter, der wenden die Alle Gegner eliminiert Brüning, Alter Arschi Richtig, Brüning Guck dir das an, Alter Move mit, Alter Hier links, links, dreierloch, Alter Vor allem links, links, dreierloch Das geilste war, wie ich zu dem hingerannt bin So hinter jede Säule und so Das war echt geil gerade Boah Alter, Benno Hatts aber nur auf meinem Kanal sehen, Alter Das sind wir nur beim Bronzhafen-Kanal X-Bronzibriert-X Guck mal rein da Bronzibriert-X, Alter X-X-Bronzibriert-X-X-X-X Der Witz an der Sache ist, einen normalen Kanal gab's nämlich schon, weißt du? Da muss ich mir leider was ausdenken Und den hab ich abonniert Eben Voll scheiße so, ey Voll scheiße Ich hab schon an der Bronzibriert hieß Jaja Aber irgendein so random-Kanal halt, irgendeiner so Instagram aber auch, oder? Ja, das ist ja sowieso War das nicht? Ja Da war ja ein Faker irgendwie Hättet ihr die ganze Zeit über über Dennis kommentiert, wo er im Phantasialand war mit Alex Ich war auch dabei Geil Ja, ja Ja, was war das denn, ey? Das ist echt so voller Mungo, ey Ohne Witz Es ist noch Soße da Oh nein Wo sind die denn? Die Schnuckis Keine Ahnung Wo sind die Schnuckis, sag's mir jetzt Patrick Aber, aber ich weiß es nicht Oh mein Oh mein Boah Ja, liebe Leute Ihr habt sicherlich alle, äh, vor paar Wochen, den, äh, den, äh, den, äh, von Battlefield 1 mitbekommen Wir werden sicherlich in diesem Squad, ja Ja Auf jeden Fall Ein Let's Play Schatten Ich bin auch ein Flieger mit Korea Ich bin Piloni Boah Tobi geht leider nicht, weil wir sonst immer nach links kippen würden Ja, dann müssen wir drei Flieger nehmen Boah Liegt mit dem Tobi im Luftschirm Tobi fliegt mit Zevely Lauf Tobi fehlt eins, oder? Oder wir blasen den Tobi einfach auf, dann fliegt der wie ein Ballon durch die Gegend Was dazu Tobi? Boah, mit so'n, mit so'n Kriegsschiff dann in den Hafen eingelaufen Meint ihr, man kann ja wirklich so'n Zeppelin fliegen, ey? Ja, kann Man kann'n Kriegsschiff fahren, man kann'n Zug fahren Fahren oder fliegen? Nice, ne? Fliegen Ey, Zug kann man fahren? Nein, fahren Zeppelin heißt fahren, oder? Ja, wie, wie beim Ballon Wie beim Ballon Ne, ne, ne Ballon fahren Wissen wir, wo die sind? Ja, ja, die sind wieder als CEO-Raum da, Büro Oben, oder was? Ah, okay Bring' mal rein da, guck' ob da man ist da Ach, Mann! Der Lobby ist einer Ey, wo, wo, wo Wo ist denn der Lobby? Er ist immer in der Lobby, Alter Wo kommt der denn her? Der hängt Hä? Er ist in der Lobby geboren, glaub' ich Ja, aber da bin ich grad langgegangen Boah, Alter Ne, das ist, das ist nicht wahr, ne? Wesker ist nach oben, Vorsicht Ich sag mal, habt ihr heimlich geübt, alles? Warte mal Ja Robi hat nichts anderes mehr gemacht Du hast halt die Lobby da voll im Blick, ne? Ist eigentlich voll cool, ja Dennis, Mann Hey Robi Ich fühle mich sehr überflüssig gerade Hey Robi Wo ist der? Boah, Scheiße Den hättest du kriegen müssen Der ist da hinten Ja, ich kann nicht mehr auf ihn schießen, ne? Wo ist der hinten? Ja, der hättest du doch sterben müssen Machiert, Curry Ich hab grad schon markiert Machiert, Curry Machiert, Curry Ich hab grad schon markiert Das sollen wir nochmal machen, ne? Das fanden selten aus hier jetzt, das zu sprengen, ne? Muss ich den Typen grad suchen Wo ist der denn, Curry? Ich hab's doch grad schon wieder markiert, Mann Oben Über mir, oder was? Hier Ach so Jo, da ist Noch ein Gegner Dein Gesicht Hab ihn, Curry Oh Ionen, Alter, wir haben euch eliminiert Nice Richtige Önen Ionenkontrolle Feuer Was? Alter, da hast du schon rund zwei, oder was? Hallo, Gjala Ionen, Matchboy Das war geil, ne? Kennst du das noch, ey? Die GDIs, glaub ich, war die, oder? Genau, ey Die GDIs Da gab's ja noch die Not, Alter, die hatten immer so'n geilen Schattenwerfer irgendwie, ne? Die hatten immer so geile Obelisken Die Not Ja, das war geil, war das Oh, Alter, Last of the Road 2 ist so geil gewesen Das, das war echt der Obershit, ey Das war echt der Obershit, ey Ich hab's mit drei Frames gespielt damals, Alter Wie heißt der bei, äh, Common Conquer immer der mit dem, mit der Glatze da, wie heißt der? Juri Ja, voilà Juri, Alter Juri, Alter Alter, der heißt Thorsten Legat Hä? Da waren noch Zeiten, das war aber cool Da gab's auch, äh, hier so'n Heppelin, so, ne? Genau, ja, ja, stimmt Heppelin Und der Mirage-Banzer, Alter Alles kaputt Heppelin So Fest Oder Ding ist hier, war auch geil Generals, war auch mega einfach Ja, das, das war auch nicht schlecht, das stimmt Generals, oder was? Das konnte man gut gegeneinander spielen, so Sieγ Was ist denn los, Mann? Kamera, oder was? Ey, Curry ey Ey, kann willkommen hin Wo ist die Hinn? Curry hat vergessen die Loop zu Saty Hier, Mann Da war's Okay, zwei hab ich sie ich hier gerade ja nicht die letzte aber so eine der sitz die kameras okay i see something in the lobby ok die kommen bestimmt von oben ich gehe davon aus ich glaube hier wird auch gleich die links gesprengt ja nicht immer ein mit zwei drei richtigen feld kommt schon hängen ob er lebt noch vorsicht vorsicht ja lass die lieber reinkommen oder so und hier kommt auch was rein bei uns genau hier auf der seite kerry vorsicht und hier die dings gesprengt die luke patrick muss ein bisschen weiter vorkommen er hat den schildträger nee das schild ist noch draußen hier in montagne ist draußen schiff von hightech die zwei paar vorsicht hey kerry hier in dem raum down und er hat noch einer das noch einer ja ich lass sie kommen da schildträger treffer nee garas nein genau parker fack aller holen mich um mich gerät hier oben von der luke von der luke klar sind unter der luke treppe 2 er kommt auch bei kommen die treppe hoch er kann hier mit abkabern toby glaube ich die seite oder oder welche treppe er hat es nicht erneut er hat er hat aber auch die mann würde wissen alle haben sie müssen die mann würde so wissen die jahre bau wo war wo es ein schuss ja hier ist jetzt sie haben wieder gewonnen das ist eine große folge dauerung der glückler nach jungs dritte und das war eine perfekte saison Allergesagte Curry und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Rainbow Six. Bitte macht einen Daumen hoch, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und ich bin immer noch Kupfer 1. Ja, prima. Wir werden noch nie wieder aufsteigen. So, halt die Klappe, Curry aller. Komm ran auf den Meter. Ich, ich, ich bin noch Kupfer 1. Ich bin der Nabel der Welt. Ciao. Daumen. Oh mein Gott, der Mond ist alle gegenwärtig.